Ja, die Transferphase bei Hertha BSC zieht sich jetzt schon relativ lange. Eigentlich sollten hier schon der ein oder andere Spieler aufgekreuzt sein und sollten mittlerweile auch dem Kader angehören. Nichtsdestotrotz gibt es einige unvorhersehbare Probleme und natürlich noch Differenzen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC Transfer News. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und schauen wir direkt auf die neuesten Neuigkeiten rauf. Und fangen wir an mit Javairo de Rosu. Ich hatte bereits vor zwei Tagen darüber berichtet, dass Javairo de Rosu wahrscheinlich vor einem Wechsel stehen wird. Und dieser Gedanke hat sich jetzt bestätigt, denn Javairo de Rosu steht vor einem Hertha Abschied. Es gibt einen Interessenten und zwar kommt dieser Interessent aus den Niederlanden und heißt Feyenoord Rotterdam. Ich hatte bereits schon vor zwei Tagen eine Verbindung zwischen den Vereinen hergestellt. Und jetzt ist es tatsächlich auch offiziell bestätigt worden. In Rotterdam sollte Rosu in die Fußstapfen von Luis Sinestra treten. Er war ein 23-jähriger Flügelspieler, den es tatsächlich auch für 30 Millionen dann tatsächlich zu Leeds United gezogen hat. Und jetzt soll eben Javairo de Rosu dort genau wieder diese Position übernehmen. Ja, eine potenzielle Ablösung für de Rosu wird in dem Bericht aber von der Niederlandischen Zeitung nicht genannt. Nichtsdestotrotz muss man halt eben sagen, hat er noch bis 2024 Vertrag. Das heißt, man muss eine Ablösung für de Rosu bezahlen. Und ich finde es ganz ehrlich richtig, richtig schade. Für de Rosu würde es mich mal freuen, wenn er tatsächlich eine Saison in einem gewohnten Umfeld tatsächlich auch mal durchstarten kann. Und ich finde es einfach schade, dass es bei uns nie so ganz funktioniert hat. Wir wissen ganz genau, was er eigentlich für eine brillante Technik hat. Was er teilweise auch für ein Potenzial immer mal wieder aufblitzen lassen hat. Ich erinnere super gerne an die Zeit zurück unter Ante Sovic zwischen dem Düsseldorf- und dem Köln-Spieler, als er dort tatsächlich die Gegner schwindelig gespielt hat. Er hat ein richtig gutes Tempospiel und hat ein wirklich auch verzügliches Dribbling. Und ich finde es schade, dass er diese Fähigkeiten bei uns nur so selten sein konnte. Aber die Verletzungen haben ihn eben aus der Bahn geworfen. Man muss eben sagen, er hat bei Jean-Di Bordeaux, jetzt wo er eben letzte Saison auf Leibasis gespielt hat, hat er tatsächlich auch die ganze Saison durchgespielt. Er hat, glaube ich, insgesamt 37 Einsätze gesammelt und war dort nicht ein einziges Mal verletzt. Bei uns hingegen war er tatsächlich jedes, ja, war irgendwie mal jeden Monat oder alle zwei Monate mal verletzt mit einer kurzen Verletzung. Und es ist einfach schade. Es ist schade, dass er sich bei uns nicht durchgesetzt hat. Denn ich hätte ihm hier ihnen durchaus Riesenschritte zutrauen können. Denn sein Potenzial ist tatsächlich unleugbar. Er wurde bereits schon vor drei Jahren Nationalspieler der niederländischen Nationalmannschaft. Und hat sich bei Hertha BSC tatsächlich auch in die Augen zentraler Vereine geschmissen. Aber leider konnte er das Potenzial nicht oft genug auf den Platz bringen. Deswegen ist wahrscheinlich ein Tapetenwechsel für ihn die beste Option, um wieder ein bisschen Schwung in seiner Karriere zu kriegen. Wir verlieren leider einen guten, guten Flügelspieler. Und deswegen müssen wir uns auf der Flügelposition weiter verstärken. An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis an euch. Abonniert ganz gerne diesen Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video hier heute gefallen, lasst gerne ein Like da. Und jetzt schauen wir mal, wer unser Ersatz auf der Flügelposition wird. Denn dort gibt es natürlich einen Kandidaten. Und zwar Shidera Ejoke. Shidera Ejoke ist natürlich auch 24 Jahre alt, ist ein nigerianischer Nationalspieler. Und ist momentan beim ZSKA Moskau unter Vertrag. Momentan hatte er aber natürlich diesen Sonderurlaub. Das heißt, er wurde beim ZSKA Moskau schon offiziell verabschiedet. Und die Laie von ihm zu Hertha BSC ist fix. Das heißt, Shidera Ejoke wird wahrscheinlich wirklich auch neuer Hertha BSC spieler. Denn es handelt sich nur noch um Formalitäten. Dieser Transfer wurde ja bereits vor ein, zwei Wochen verkündet. Und seitdem ist es recht ruhig geworden um die Verträge. Einige dachten ja, dass dieser Transfer gar nicht mehr zustande kommt. Aber es ist tatsächlich so, Hertha muss sich nur noch auf diesen Neuzugang ein bisschen gedulden. Die BILD berichtet natürlich, dass der nigerianische Nationalspieler, beziehungsweise auch Flügelstürmer, auf sein aktuelles Visum wartet. Dieses Visum muss ihm die deutsche Botschaft in Moskau ausstellen. Und das dauert. Und das dauert richtig, richtig lang. Ja, aber der Abgang von ZSKA Moskau steht fest. Und damit wird Shidera Ejoke ein wirklich temporeicher, temporeicher, dribbelstarker und abschusstarker Spieler. Neuer Spieler von Hertha BSC. Das steht soweit fest. Dabei wird natürlich ganz klar diese neue FIFA-Regularen rund um den Ukraine-Krieg in Anspruch genommen. Das heißt, man leiht diese Spieler erstmal für ein Jahr aus. Und dann achtet man, beziehungsweise schaut man, inwiefern eine Festverpflichtung realistisch ist. Davon profitieren wir. Wir profitieren davon sogar möglicherweise ein zweites Mal. Das wissen wir aber noch nicht. Wie gesagt, der Ejoke-Transfer ist fix, aber Formalitäten wie die Visumsvergabe behindern momentan so ein bisschen diesen Transfer. Und das ist für uns gerade eine echt bittere Situation. Denn eigentlich wird der Ejoke so schnell wie möglich rein ins Training. So schnell wie möglich auch mit in das weise Trainingslager, damit jetzt die Automatismen gesammelt werden können. Und damit er auch für den Saisonstag gegen Eintracht Braunschweig natürlich auch bereit ist. So, sprechen wir jetzt über die dritte Thematik. Santiago Ascaciba. Ich habe bereits diesen Transfer gestern thematisiert. Und es gibt einen weiteren Verein, der an ihn Interesse hätte. Und das ist, laut Mondalipoli, einem italienischen Medium, Napoli. Das heißt, der SS-Seniapel hat auch Interesse daran, dementsprechend Santiago Ascaciba zu verpflichten. Und es wäre natürlich für uns auch ein sehr realistischer Transfer. Er möchte die nächsten Schritte bei Napoli begehen. Und natürlich ist es halt eben auch so, dass Napoli auf der 6er Position momentan noch einen Spieler sucht. Auch bei Napoli ist es halt eben der Fall, dass sie halt eben auch natürlich international vertreten sind, eine Dreifachbelastung haben. Und daher sich im Mittelfeld breiter aufstellen wollen und dort natürlich auch verschiedene Spielertypen integriert haben wollen. Und grundsätzlich kann man sagen, dass bei Napoli im Mittelfeld auf jeden Fall noch Platz ist für einen neuen Spieler. Auch Diego Demme, Stanislas Lovatka sind halt eben auch Spieler, die eher nicht seinem Spielertyp entsprechen. Und er würde dort sehr gut reinpassen und eine Lücke füllen. Napoli spielt teilweise mit zwei Sechsern, manchmal auch mit einem Sechsern. Dort würde er auch perfekt reinpassen. Er würde auch gut zum italienischen Fußball passen. Und ich könnte ihm diesen Schritt durchaus zutrauen. Nichtsdestotrotz, wenn ihm Santiago Ascaciba wechseln würde, wäre eine Ablösung förderlich. Und diese Ablösesumme soll laut Hertha BSC am idealsten 12 Millionen Euro betragen. Hertha BSC verlangt vereinsunabhängig 12 Millionen Euro. Und das wäre für uns natürlich ein riesen Geldring, wenn wir auf einmal einen Transfer für 12 Millionen Euro verwirklichen würden. Denn man muss halt nicht sagen, wir haben Santiago Ascaciba vor zweieinhalb Jahren vom VfB Stuttgart verpflichtet und haben eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro bezahlt. Beziehungsweise kann diese Ablösesumme am besten ja noch auf 15 Millionen Euro anspringen. Aber Fakt ist, wir haben extrem viel Kohle für den bezahlt und wollen diese Kohle irgendwie wieder reinkriegen, damit wir auch genug Geld haben, um in neue Spieler wieder rein zu investieren. Denn es geht immer noch. Und das ist seit Anfang der Transferphase fix. Wir brauchen Geld, wir brauchen einen Transferüberschuss am Ende der 3. Transferphase. Und dieses Transferüberschuss soll im Idealfall natürlich dementsprechend so rund 10 bis 15 Millionen Euro, wenn nicht sogar 20 Millionen Euro betragen. Und daher sind Verkäufe von Piontek, Alderete, Ascaciba notwendig, um überhaupt den Kader zu verstärken. Und gerade arbeitet man ja aktiv erstmal an Billigtransfers, an Leihen. Ejoki und Sunic zeigen ja ganz klar, dass man versucht, Spiele auszuleihen. Und das gibt auch ganz klar die Richtung für diese Transferphase an. Bisher muss man sagen, hatte man in dieser Transferphase ein Plus von 5 Millionen Euro, denn wir haben ja bereits schon Arne Maier verkauft, und zwar in den FC Augsburg. Bisher ist ein Plus von 5 Millionen Euro zu sehen, und das ist grundsätzlich, muss man eben festhalten, noch nicht ausreichend. Deshalb müssen wir noch mehr Spieler verkaufen, deshalb achten wir auch darauf, so viele Spieler wie möglich loszuwerden. Und das ist sehr klar. Jetzt geht es auch erstmal darum, den Kader auszudünnen. Momentan sind mehr als 36 Spieler und dennoch exklusive den Jugendspielen. Das heißt, mehr als 40 Spieler in unserem Kader vertreten. Der Kader muss grundsätzlich ausgedünnt werden, einzelne Positionen müssen aber trotzdem punktuell verstärkt werden. Und das ist das zentrale Ziel in der Transferphase von Freddy Bobic. Und ich hoffe, dass er genau das jetzt angehen wird und jetzt natürlich auch punktuell, vielleicht auch mit jungen Spielern, vielleicht auch Spieler auf Leihbasis, unseren Kader verstärken wird. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema des heutigen Tages, und zwar kursiert gerade ein Bild auf Twitter rum. Das zeigt offensichtlich, beziehungsweise offenbar, Simanski in Berlin. Wir schauen uns dieses Bild einmal ganz kurz an. Und ich kann dazu sagen, dass es halt immer relativ einfach ist. Es sind momentan so einfache Bilder, die sich jetzt auf ganz Twitter oder Instagram, war es glaube ich auch, sich dort verbreiten und dann wird darüber gesprochen. Ich kann sagen, ich glaube nicht, dass Simanski sich hier in Berlin befindet, wenn wir die Straßenschilder vergleichen. Sieht jetzt fast so aus, als würden wir uns möglicherweise natürlich auch in Polen befinden. Es sieht da natürlich auch ähnlich aus. Und er ist polnischer Landsmann und somit wäre es gar nicht mal so unrealistisch. Nichtsdestotrotz, Sebastian Simanski ist, auch wenn er jetzt natürlich leider nicht in Berlin ist, eine realistische Alternative für unsere Flügelposition. Es scheint irgendwie noch so zu sein, dass Krasnodar uns 5 bis 6 Millionen Euro für Cordoba schuldet, darf es aber aufgrund dem Ausschluss von Zwift nicht an uns überweisen. Und vielleicht versucht man jetzt innerhalb von Russland, das heißt zwischen die Nahe Moskau und dem FK Krasnodar, eine Lösung zu finden, sodass Krasnodar das übrig gebliebene Geld, was sie uns ja noch schulden, wegen dem Cordoba-Transfer, wegen den bisher noch nicht bezahlten Raten, versuchen sie das Geld vielleicht an Dynamo Moskau zu überweisen. Und vielleicht bekommen wir so möglicherweise, ja, Sebastian Simanski. Fakt ist, den Ausschluss von Russland aus Zwift macht uns diesen Transfer momentan höllisch schwer und macht es eigentlich fast unmöglich, feste Transfers nach Russland weg zu ermöglichen. Und das ist sehr, sehr schade. Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, es wird ein sehr zähes Thema. Und die 2,5 Millionen Euro Gehalt, die wir für Simanski bezahlen müssen, werden aber auch noch in der Reichweite. Das heißt, momentan ist der Stand bei Simanski unverändert. Es ist ein riesiger Kraftakt und wahrscheinlich könnte das, wenn es ganz, ganz unglücklich läuft, auch gar nicht funktionieren. Denn diese Differenz zwischen Russland und Deutschland, bzw. dieser Ausschuss aus Zwift, macht Verhandlungen auf neutralem Niveau an sich richtig, richtig schwer. An dieser Stelle war es das mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Morgen sehen wir uns dann tatsächlich zurück zu einem neuen Video. Und natürlich auch einen Livestream, nämlich genau ab 19.30 Uhr, wie jeden Sonntag, wie jeden Dienstag. Bis dahin, genießt diesen Abend. Hier in der Endcard könnt ihr euch tatsächlich noch das Video anschauen vom Energie-Codeball-Spiel, wo ich anwesend war, schaue ich euch dieses Video gerne an. Dazu gab es auch eine Analyse. Wir sehen uns, genießt den Abend und tschüss.